Die Börsen weltweit sind weiter im Rallye-Modus. Viele Indizes rund um den Globus stehen auf oder nahe ihrer Rekordhofs, obwohl die Krisenherde nicht weniger werden. Fast könnte man den Eindruck gewinnen, dass Risiken zunehmend ausgeblendet werden. Darüber wollen wir sprechen, heute hier auf dem Fondskongress in Mannheim. Auf der einen Seite mit Georg Oehm, Initiator des Mellingrod Fonds, und auf der anderen Seite Daniel Flaig, ebenso Initiator des Mellingrod Fonds. Gerade direkt aus dem Vortrag gekommen, deshalb herzlichen Dank für Ihre Zeit. Zunächst mal Thema Risikomanagement, ehe wir zum Private-Equity-Ansatz kommen. Herr Oehm, Sie haben in den jüngsten Kommentaren darauf hingewiesen, dass das Risikomanagement in einem solchen Umfeld zunehmend wichtiger wird. Sprechen wir also genau darüber. Was verstehen Sie ganz persönlich in Ihrem Fonds unter Risikomanagement? Risikomanagement ist für uns der zweite Prozess, neben der Auswahl der Aktien, den wir einsetzen, um das Kapital der Anleger in schwierigen Kapitalmarktphasen zu schützen. Und das machen wir, indem wir unsere Systeme einsetzen, indem wir den Markt regelmäßig beobachten und indem wir eben auch die Stimmung am Markt genau beobachten und verwerten und seine Meinung bilden, um eben zu beurteilen, ist es notwendig, Risiko zu reduzieren im Fonds oder ist es nicht notwendig. Und in Risikophasen machen wir das. Das heißt, der Anleger muss selber nicht seine Aktienquote reduzieren. Das machen wir für ihn. Wie genau gehen Sie dabei vor, vor allen Dingen auch im Fonds? Also wie ist das Werkzeug, was ich mir da vorstellen muss? Das geht morgens früh los. Also wenn da um halb sechs kann man im Internet lesen, was die asiatischen Börsen machen. Und dann haben wir genügend Zeit, uns abzustimmen. Also ich sage mal, WhatsApp ist so wie Telexhandel in den 80ern. Da kann man sich relativ schnell in fünf Minuten abstimmen, wie man den Markt einschätzt. Ich sage mal, an neun von zehn Tagen ist nichts. Aber wenn eben was zu regeln ist, sind wir eben, wenn um acht Uhr der Future aufmacht, bereits abgestimmt und haben eine Meinung, wie wir uns verhalten wollen. Und das wird dann eben über den Tag umgesetzt. Und die Umsetzung erfolgt durch zwei Dinge. Das eine ist, Kassequote erhöhen, reduziert das Risiko. Das andere ist, DAX Future reduzieren das Net Exposure zu Aktien. Und das machen wir durchaus beides, weil es sich bewährt hat, das zu kombinieren. Reden wir nicht nur über Risikomanagement, sondern reden wir auch über den Private Equity Ansatz. Das wollen wir mit Ihnen machen, Herr Fleick. Denn natürlich ist das mindestens ebenso wichtig. Es geht ja in einem Fonds nicht nur darum, die richtigen Werte auszusuchen, sondern eben auch die Risiken zum Management. Jetzt aber dieser Private Equity Ansatz. Sie handhaben dies wie ein Private Equity Manager, obwohl Sie ja gleichmäßig und gleichzeitig auch in börsennotierte Gesellschaften investieren. Wie gehen Sie mit diesem Spagat um? Es ist kein Spagat, denn ehrlich gesagt, es geht ja darum, dass wir Firmen aussuchen, die langfristig erfolgreich sind, mit einem Horizont von fünf bis zehn Jahren. Und da suchen wir Megatrends, die diese Firmen unterstützen. Und das ist genau wie bei Private Equity. Dort investieren wir auch einen Ansatz von fünf bis zehn Jahren. Also langfristig, investieren statt spekulieren, heißt das Stichwort. Wie sieht dabei jetzt Ihre Investmentphilosophie, Anlageprozess aus? Wie gehen Sie vor? Also wir suchen natürlich nach diesen Megatrends. Die finden wir in vielen Gesprächen, Analysen, definieren wir. Und in diesen Megatrends gehen wir dann runter auf einzelne Firmen, die davon speziell profitieren. Und da suchen wir dann die Besten aus. Welche sind denn das beispielsweise? Ich weiß, es gibt Derafila und die Zeit würde jetzt nicht ausreichen, um alle zu nennen. Aber welche sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten vielleicht? Also sicher ein Thema ist Technologie. Das Thema Internet of Things und die Auswirkungen da auf die ganze Semiconductor-Branche auf der einen Seite. Dann haben Sie das Thema Industrie 4.0, die Automatisierung des Industrieprozesses. Da haben Sie ganz viele hochspannende Firmen, speziell hier in Deutschland und in der Schweiz, die dort an der Vorfront sind. Keine Angst, ich will mit Ihnen jetzt nicht über den Bitcoin reden. Das ist sicherlich noch wieder ein ganz anderes Thema. Aber über die Technologie, die dahinter steckt, Blockchain beispielsweise. Auch die wollen wir nicht erklären. Aber ist das so ein Gamechanger? Ist das auch so ein Megatrend im Technologiebereich, wo Sie sagen, das müssen wir uns genauer angucken? Ja, ich glaube, das ist noch ein anderes Thema. Das ist sicher auch mit sehr viel Technologie. Da spielt das wieder eine Rolle, dass Sie ganz viel Rechenleistung brauchen. Dazu brauchen Sie die ganzen Chips, die müssen produziert werden. Dazu brauchen Sie Energie. Das ist sicher ein Treiber, der für uns wieder spannend ist. Sie haben Ihren Vortrag gemeinsam mit Herrn Oehm Blick in den Maschinenraum genannt. Wie stelle ich mir diesen Blick in den Maschinenraum bei Mellingrod vor? Sind Sie eher im Maschinenraum oder auf der Brücke und beaufsichtigen den Maschinenraum? Also ich glaube, Sie müssen auf der Brücke stehen, damit Sie wissen, wo Sie hinfahren wollen. Aber wenn es dann vielleicht irgendwo nicht ganz so rund läuft und Sie sicher sein wollen, damit wir hier richtig auf Kurs sind, dann müssen Sie auch runtergehen. Das heißt runtergehen, eben in die Firmen, in die Firmen reinsehen, mit den Firmen reden und sehen, was die wirklich machen und nicht nur das, was sie erzählen. Blick nach vorne, Blick auf das Jahr 2018. Wir haben bereits einen sehr festen, einen sehr starken Jahresstart gesehen, überall auf dem Globus. Der Dow Jones über 26.000 Punkte. Der Nikkei steht auf einem Allzeithoch, nicht ganz, aber auf dem höchsten Stand seit Anfang der 90er Jahre beispielsweise. Das ist schon mal eine ganze Menge. Finden Sie da überhaupt noch Werte, unterbewertete Aktien, die Ihren Ansprüchen gerecht werden? Also wir suchen ja nicht nach unterbewerteten Aktien, sondern wir suchen nach Firmen und Aktien, die langfristig wachsen, die langfristig einen Trend haben und die finden wir nach wie vor. Es ist sicher so, dass Bewertungen heute hoch sind, aber wenn Sie Firmen finden, die nachhaltig und überdurchschnittlich wachsen, dann sind diese Bewertungen auch gerechtfertigt und im langfristigen Schnitt auch nicht teuer. Dann wollen wir zum Schluss kommen und die letzte Frage noch an Herrn Oehme stellen. Wir haben hier natürlich den Blick in den Maschinenraum gewagt. Es ging natürlich um den Private Equity Ansatz. Sie haben vielleicht nicht vieles hören können, weil es sehr laut auf dem Fondkongress ist, aber das klappt schon. Das kriegen wir auch schon hin. Schlussfrage an Sie. Also es geht um Chancenmanagen, aber auch um Risikenmanagement, die wir ja am Beginn auch besprochen haben. Wie gehen Sie mit dieser Balance zwischen Chance- und Risikomanagement um? Ja, die Balance ist ja das, was wir leisten, indem wir eben täglich den Markt beobachten, indem wir verschiedenste Risikosysteme einsetzen, also um in der Schifffahrtssprache zu bleiben, vom Echolot über das Radar bis zur Navigation mit Karte und technischen Systemen. Das nutzen wir alles und das machen wir eben Vollzeit und nicht nebenbei wie ein Hobbyanleger. Darauf schauen wir. Wir sprechen regelmäßig mit einem festen Kreis von Marktteilnehmern, bilden uns da quasi eine Meinung zum Sentiment der Investoren. Und das alles gibt dann bei uns einen Abstimmungsprozess, bei dem ganz wichtig ist, dass wir beide, wenn wir uns einig sind, ist es einfach, aber wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, also wenn der eine sagt, die Aktie finde ich gut, der andere sagt, er will sie nicht haben, dann wird verkauft. Das heißt also, im Zweifel halten wir eher Kasse. Also wenn es darauf ankommt, wenn es riskant ist, bleiben wir bei unserem Schiff im Hafen und segeln eben nicht raus, obwohl Nebel ist. Herr Oehm, Herr Fleick, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch in einer turbulenten Atmosphäre. Sie sind gerade, wie gesagt, vom Vortrag zurückgekommen. Wir haben den Stand auch einfach leer gemacht, damit wir dieses Interview führen dürfen. Von daher vielen Dank, dass dies geht. Und ich würde sagen, wir machen den Stand wieder frei, damit Ihre Kunden, Ihre Interessenten, Ihre Fragen auch noch stellen können. Und danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit hier in Mannheim. Vielen Dank.